meiner meinung hat hat eigenes modell jetzt anscheinend am start es heißt nemotron und soll anscheinend besser abschneiden vergleichstest als gpt vor also lm haben sie okay ja genau man macht natürlich sinn für nvidia ja man ist ja so das steht eben da in der vergangenen woche hat ihn wieder der französische auf der französischen platz vom hagen face ein neues modell hochgeladen das als lama 3.1 nemotron 70 b instruct bezeichnete modell das heißt es wird nicht mehr anwerter flammer aufbauen ja man ist jetzt wahrscheinlich für nvidia irgendwo neu liegend ja sie haben die hardware natürlich und nur sie im moment ja für großabnehmer zumindest jemand kennt weil man letztes mal akret am qualcomm kennt dann natürlich irgendwann ein wörtchen mitreden aber ja im moment für die großen dinge seins sicher seins oder wenig nemotron warum die kleine optimus prime der es wagen rechtlich geschützt ja ok dann ist nemotron super dann ist nemotron super